Bei Dalligaming heute mit Call of Duty Black Ops 3 ein Live-Kommentary. Auf der 1 habe ich die Trone mitgenommen, auf der 2 die Hellstorm und auf der 3 den Talon. Ich bin nicht alleine hier und zwar ich habe weibliche Unterstützung von der Tina. Ja, genau. Hallöchen Leute, ich bin's, Tina vom Kanal TiniWhatever und ich dachte mir nicht, es war heute noch so ein bisschen mit Dallig, ne? Auf meinem Kanal werdet ihr so Gaming-Videos neu sehen und Vlogs. Ja, lasst euch überraschen. Genau. Wir spielen hier gerade eine Runde Herrschaft auf der Map Fringe, heißt die. Ja, Fringe. Und ich habe am Start die XR2 mit Reflex angepasst, mit Schaft, dem Rotpunkt-Visier und schnell ziehen. Was ist das denn so alles dabei? Äh, das ist eine gute Frage. Nein, ähm, ich habe auch die XR2 mit, das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste, könnte ich euch das sagen. Weil ich das irgendwie alle 2, sie können ändern. Ähm, ich schaue gleich nach. Oh, erstmal hier 3 Leute weggerotzt. Ganz easy. Hatten gar keine Chance. Oh, hallo? 4 Leute weggeholt. Also es geht gerade richtig gut ab. Naja, bei mir sieht es noch ganz gut aus, aber wenn ich einmal sterbe, dann... Oh, da waren 3 Leute. Ich habe auf jeden Fall schon mal Blutrünstig gerissen, ohne zu sterben. Ist auf jeden Fall Pro-Like gerade am Start. Ich wasche hier gerade durch und finde, oh mein Gott, da kommen 2. Oh, schaffst du die? Ja, ich bin gelevelled. Ja! Da einen habe ich geschafft. Super. Wow, warum habe ich da gerade eine Granate reingeworfen? Ich bin zwar richtig vorgewehen. Oh mein Gott, umso viele. Wo sind die? Du bist gerade bei A. Ah, fuck. Ich bin bei A gewesen. Aber ist klar, ich bin gerade bei C. Okay. Hier ist auch so der ein oder andere Gegner, der mich wegkrotzen möchte. Oh. Weil mich gar nicht erst sieht. Da wird mir einfach der Kill gestealt. Oh, das ist ein Schreiber. Oh mein Gott, ich bin hier weg. Ja, ja, ja. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ähm, hier oben bei mir steht die Qualität der Internetverbindung reicht nicht aus. Auf was streapst du denn gerade? Ähm, bestmöglich oder so, keine Ahnung. Das ist nicht gut. Äh, nein. Das kannst du, glaube ich, noch nicht mit deiner Internetverbindung. Nee, aber ich wusste gar nicht, was ich da anklicken soll. Du musst es niedrig anklicken, damit du auch dabei gut streamen kannst. Den Stream machst du ja eigentlich nicht, um Zuschauer zu unterhalten, sondern du machst den Stream nur, um Sprache aufzunehmen. Hm, naja, dann ist das ja gut. Oh mein Gott, ich bin schon wieder gestorben. Leckt es nicht bei dir herum? Nein. Okay, dann ist es komisch. Dann hast du anscheinend wirklich gute Internetverbindung. Ja, außer beim Stream anscheinend. Außer beim Stream, ja. Oh mein Gott. Außer ich denke, dein Stream ist abgebrochen. Kann ja auch passieren. Aber da ja. Könnte sein. So, da habe ich den nächsten weggeholt. Da kommt einer aus dem Fenster. Ah, kurz angefrackt. Ja, oh Gott. Das leiden immer da oben lang und dann kriege ich sie nicht, weil dann wieder von der anderen Seite einer kommen. So ein dreckiger Camper da oben. Ganz easy weggewrackt. Was hast du eigentlich als Spezialist dabei? Äh, Battery habe ich mit der Kriegsmaschine, weil das ist... Battery? Oh mein Gott. Oh, Mann, oh. War ein Sniper oder was? Nein, es war kein Sniper. Einfach schlecht. Oh. Bereit für eine Drohne? Naja, okay. Drohne können wir jetzt leider nicht mehr einsetzen. Das wäre jetzt wirklich genau... Das wäre... Ich würde mich mal interessieren, ob da oben in dem Glitch einer drin hat. Jetzt wollte ich da rein gehen, aber... Ja, ja. Ich würde es ja gerne probieren, aber ich werde immer vorher weggesnackt und dann... Das ist nicht gut. Kann ich das nicht so machen. Übrigens, Leute, auf Tinas Kanal findet ihr schon ihr erstes Call of Duty Black Ops 3 Video. Das ist eine Kill-Kompilation. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, genau. Genau. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Erstmal das Video und natürlich dich werde ich natürlich auch verlinken. Das ist ja... Juhu. Das ist Ehrensache. Das ist wie... Juhu. Trops ist gelutscht. Wie Schule mit Hausaufgaben. Ich werde weggeholt. Ich werde einfach weggeranzt. Guckt euch dieses Aim von diesem Kollegen hier an. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Guck mal, hier sind dann mein Elm. Hat er mich einfach weggeholt. So, bereit für eine Drohne. Oh mein Gott. Total bereit. Alles klar, da kommt sie. Ja, gut. Mir bringt die Drohne jetzt gar nichts. Okay, so darf ich jetzt nicht für die Gegner irgendwie an mir. Guckt euch den Camper an, Leute. Er hat genau es nur auf mich abgesehen. Okay. Hab dich... Ne, ich hab dich nicht gelösscht. Das war... Fuck. Oh mein Gott, ich hab den Camper. Den Camper am Auto. Ja. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ja, er ist in Halbzeit überstanden. Allerdings sind wir gerade richtig schlecht am Start. Die Gegner haben schon 100 Punkte. Wir haben 58. Das heißt, wir haben ein bisschen über die Hälfte. Guck, dieser Typ, ne? Der hat mich so hässlich weggeranzt. Oh, der hat dich geholt. Ja, der hat mich geholt, aber richtig das. Oh, ey. Ne, 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 ne. Alter, 9 zu 8 kann man einfach nicht ernst nehmen. Das kannst du keinem erzählen, Mann. Ne. Kannst du einfach keinem erzählen. Kannst du echt keinem erzählen? Ne, Mann. Muss unbedingt besser werden. Ah, das wirst du schon nach der Zeit. Also ich war früher auch ein richtiger Noob. Kann man jetzt wirklich... Ich bin immer noch ein Noob. Ja, gut, aber... Und ich spiel schon so lange. Ich spiel ja schon Backups 2 und weiß ich nicht was. Das ist AW und oh mein Gott, da ist ein Sniper. Oh mein Gott, Mann. Übrigens, erzähl doch einfach mal, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ja, das ist natürlich ein interessantes Thema, würde ich sagen. Ja. Wir haben uns über ein Stream kennengelernt. Okay. Ich war so bei Twitch und war so auf random unterwegs. Hm. Und dachte mir, ja geil. Du kriegst einfach mal das Film. Dann war da... Und was habe ich gespielt? Dann sind wir best gross geworden. Auf jeden Fall. Oh. Was habe ich nochmal gespielt? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, etwas Warfare, ne? Ja, richtig. Oh ja. Mann, das ist schon so lange her. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gerade in die Kamera geguckt und ihn voll nicht gesehen. Ja, ich wurde jetzt auch voll weggeranzt. Wieder von dem Gleichen hier. Der hat es wirklich auf mich abgesehen. Da stand sogar, wie oft ich ihn gekillt habe und wie oft er mich gekillt hat. Das ist ja... Er hat mich fünfmal weggeranzt. Hä? Schon wieder tot. Leute, guckt euch das an. Ich auch. Die hacken doch. Die haben einen Aim, ne? Ich war gerade hinterm Auto. Wer kann doch nicht durch das ganze Auto schießen? Ich bitte euch. Ja, eben. Ganz klar, Hacker. Alles Hacker hier. Ganz, ganz, ganz. So, weggerotzt. Weißt du, man wird von jedem einfach so richtig hässlich weggenommen. Ganz klar, Hacker. Hacker, oh mein Gott. Das ist ein Hacker. Immer selber! Immer. Immer. Jeder Hacker. Ich bin einfach so schlecht, ne? Ohne Witz. Ich kann mich einfach nicht auf alles konzentrieren. Schon, guck mal. Schon wieder von hinten. Als ob die es wüssten. Ja. Das Ding ist, manchmal bin ich so voll gut, ne? Ja. Und dann, dann kommt der Moment, wenn ich schlecht bin. Und genau dann nehmen wir auf. Weine gleich. Ich bin aber auch nicht gerade hier der zweite Biestmacher. Halt's Maul! Naja, aber was war das denn jetzt? Besser als ich. Ja gut, aber 1814 ist nicht gerade Viscar Barster-Style, ne? Ne. Guck dir das doch mal an. Schon wieder tot. Der hat mich siebenmal weggeholt. Die gleiche Sau. Holt mich siebenmal weg. Wo steht denn das? Wo steht denn, dass der dich siebenmal weggeholt hat? Ja, ich bin sein Rivale. Guck mal, wir sind ja beide erster Platz. Dann wird das da so angezeigt. Achso, okay. Echt lustig gemacht von Treyarch. Oder ne, Activision, oder? Ne, Treyarch und Act- Hä, wer hat jetzt das Spiel gemacht? Ich glaube, Treyarch ist immer im Intro drin. Das weiß ich zumindest. Richtig, richtig. Ja, dann. Aber Activision hat doch auch damit was zu tun, oder? Ja, kann sein. Na ja, egal. Ja, das ist super. Also killen ist immer gut, Leute. In Call of Duty. Bei Black Ops 3 vor allem. Ja. Ja, guck dir das nochmal an. Wie ranzt sich der mich weggeholt. Ey, Mann, guck dir das mal an. Von Tina, Alter. Boah. Beste, ey. Boah. Ich dachte schon, da wäre ich wieder geholt. Aber guck mal. Der gleiche Typ hier schon wieder. Ja, er killt mich achtmal. Achtmal in einer Runde. Es juckt ihn einfach nicht. Also, der lockere Same-Bot. Ja. Oh mein Gott. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Immer auf den Besten drauf. Geh sie einfach verkaufen. Ich hab ihn. Erhol mich mit der Sniper. Guckt euch das an, Leute. Ihr scheiß Sniper! Hardscope. Hardscope. Tina, hast du sowas schon mal gesehen? Wurdest du auch schon mal gehardscope? Ja, natürlich. Wow! Auch schon in Black Ops 3? Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Man munkelt, man munkelt, ne? Man munkelt. Oh, Hard Aim. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viel Granat auf einmal auf mich. Das ist echt unfair. Oh mein Gott. Ich erwisch mich die ganze Zeit, wie ich so nach rechts gucke, mit meinem Kopf weiß, als würde ich so in die Ecke gucken. Das ist so gescheitert. Ja, du hast 16,20. Ist jetzt nicht der Top Score hier. Sehen wir die gleiche Mistgeburt, die mich jedes Mal geholt hat. Also Leute, wenn ihr den seht in der Lobby. Erstmal Spawn Trappen. Genetik Reigns, Spawn Trappen, auch Feinste. Ich würde sagen, das war's mit unserem Live Commentary. Genau. Hat dir Spaß gemacht. Sein erstes Live Commentary. Ja klar, macht immer Spaß. Mir auch. Also ich spiele immer generell immer Spaß. Und das hat auch Spaß gemacht. Richtig, richtig. Ich würde sagen, das war's. Schaut bei Tina vorbei. Link in der Beschreibung natürlich zu ihrem Kanal, zu ihrem Video. Und ich würde sagen, 3, 2, 1. Ich überlasse dir das letzte Wort. Ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann nicht reden. Das war eine gute Beendung. Da gibt es Videos, die Beendung ist auch immer richtiges Wort. Aber egal. Ich würde sagen, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und tschau. Tschau. Tschau.